Mit dieser Tutorialreihe wollen wir Ihnen den Umgang mit digitaler Seillinientrassierung erleichtern und die Schritte für die Projektierung Ihrer Seiltrasse für die Holzbringung vorzeigen. Dafür erarbeiten wir ein Seillinienlayout mit Hilfe des Plugins Seilerplan. Seilerplan steht für Seilkran Layout Planner und wurde von Dr. Leo Bond und Patrizio Moll von 2013 bis 2015 an der ETH Zürich entwickelt und seit 2019 an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft kontinuierlich weiter optimiert. Es handelt sich um ein Plugin, welches für das Open Source Geoinformationssystem QGIS heruntergeladen werden kann. Die Anwendung von Seilerplan konzentriert sich auf europäische Seilkransysteme, in welchen das Tragseil beidseitig an den Enden fix verankert ist. Die Berechnung der Kräfte im Tragseil wird nach der Kettenlinie gemäß der Formel von Zweifel durchgeführt. Seilerplan berechnet basierend auf einem Höhenmodell sowie anhand von definierten Anfangs- und Endkoordinaten der Seiltrasse, den Maschinendaten und weiteren technischen Seillinienparametern, die Lastwegkurve bzw. den Seildurchhang und gibt gegebenenfalls Vorschläge für Stützenlösungen, um ein berühren der Last mit dem Boden zu verhindern. Das Plugin Seilerplan ermöglicht die automatisierte Projektierung einer Seillinie auf einer ausgewählten Fläche unter Beachtung des Längsprofils und liefert einen Entwurf als PDF-File, Shape-Datei und als CSV-Tabelle. Die Kennwerte werden in einem Kurzbericht und in einem detaillierten technischen Bericht ausgegeben. Das ausgegebene Seillinienlayout kann auch händisch bearbeitet werden. Somit kann die Position der Stützen individuell verändert werden. Die genaue Vorgehensweise wird in den folgenden Videos im Rahmen dieser Tutorialreihe Schritt für Schritt erklärt. Seilerplan bietet eine schnelle, einheitliche, digitale und teilautomatisierte Alternative zum konventionellen Verfahren, bei dem Feldaufnahmen, händisches Aufzeichnen und Ausrechnen der Kräfte nötig sind. Dafür müssen Schrägdistanz und Neigung auf der geplanten Seiltrasse mit Hilfe von Kompass, Neigungsmesser und Fadendistanzmessgerät für eine genaue Längsprofilaufnahme ermittelt werden. Mit der Längsprofilaufnahme können dann die Werte für den Gesamtdurchhang, den Leerseildurchhang und den Lastdurchhang mittels der Nährungsformel von Pestal ausgerechnet werden. Anker und Stützenbäume wie auch der Endmast müssen bei beiden Verfahren nach Dimension und Vitalität im Feld ausgewählt bzw. nachverifiziert werden. Natürlich kann die Position dieser Bäume auch mit einem Smart Device oder mittels AutoFoot erhoben und in Kugis eingepflegt werden. Wir hoffen, dass die Einführung in die Tutorial-Reihe sowie in das Plugin-Seiler-Plan informativ war. Für weitere Fragen stehen unsere Kontaktdaten in der Infobox. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.